Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3 Spieleleute Call of Duty Hardcore Querschläger CTF Village ist angesagt. Holt mich gesorgt, verlange Ihnen zusätzlichen Schaden um einen Comeback Abschluss zu ermöglichen. Was? Ehrlich? Wusste ich gar nicht. So, vielen Dank ihr Leute. So, legen wir los. Controller in die Hand. Hier, das ist mein Controller. Akku frisch aufgeladen. Nehmen wir die Striker mit die Scorpion, Splitter, Schotterungsgranate, Fingerfertigkeit, Bro, Hardliner. Und nehmen natürlich noch den Stalker mit. Oh, jo, legen wir los. Wird mal groß. Aber warte mal. Striker hatte ich erst. Jetzt nehmen wir mal die MP5, die SMAW, Fingerfertigkeit, Bro, Wissier, Bro und den Stalker und Splitter und Blendgranate. Mit in den Rucksack. Jo, MP5, schöne Waffe. Und legen wir dann mal los. Gucken wir mal, was die drauf hat. Oh so, gleich erstmal hier anlegen. Man weiß ja nie, was hier kommt. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Jo, ich hab Angst. Ich geb ehrlich zu. Ich weiß ja nicht, was kommt jetzt. Wer weiß, was kommt. Wer weiß, was kommt. Die Hüte. Scheint mir sehr friedlich zu sein. Hat so'n Touch von Fuckray 3 hier. Ein paar Hühner höre ich noch, aber... Leute, Leute, Leute. Ah, da ist er! Da ist er! Ich hab ihn noch gesehen, aber es war leider zu spät. Da hat mich der kleine Kiffer-Bob-Marley-Killer schon verlischt. Mist. Klar. In dieser Situation hier, wo der Bob-Marley gerade eben war. Absolut konzentriert, absolut entspannt. THC im Blut. Da kann ich nicht mithalten. So, äh, boah, von meinen Händen. Nehmen. Ich muss die Flagge jetzt nehmen. Heißt das? Dann gehen wir mal nach da hinten. Und nehmen wir mal die Flagge. Mäh. So. Nehmen. Da ist die Flagge. Da ist die Flagge. Oh, die Flagge gehört mir. Nein, die Flagge gehört nicht mehr mir. Die Flagge gehört nicht mehr mir. Warum gehört mir die Flagge nicht mehr? Warum gehört mir die Flagge nicht mehr, Leute? Du 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 du. So. Auf jeden Fall habe ich jetzt diesen komischen Raketen-Werfer, den ich jetzt mal einsetze. Das seht ihr mal. Hat nichts gebracht. So. Eskorte müssen wir jetzt mal hier eskortieren. Auf mich kannst du dich verlassen. Ich bin ausgebildeter Personenschützer. Von da hinten kommen die. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Nehmen. 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 Was heißt hier nehmen? Ja, da ist er. Oh, ich wollte gerade anlegen. Ich wollte gerade anlegen. Ich wollte gerade drücken. Ich wollte gerade auf den Auslöser drücken. Oder was? Ist ja auch wieder zu spät. Nein. 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 Oh, man. Was ist denn da hinten? Ein Booster-Versteck. Ein Booster-Versteck. Doch nicht. Ich dachte gerade, ich habe ein Booster-Versteck hier ausgehoben. So. Da ist noch eine Höhle. Woher kommt die Höhle? Woher kommt die Höhle? Woher kommt die Höhle her? Was ist das? So. Auf jeden Fall. Neuer Anlauf hier. Ah, da ist er. Boah. Mamma mia. Das gibt's doch nicht. Ihr guckt euch das mal an hier. Was ist denn los hier, Mann? Ah, da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Ah, ich hätte ein bisschen gerade schießen sollen. Ups. Das war ja meine Todesserie gerade. Ich habe mich gerade eben selbst umgebracht. Aua. So. Eine Minute. Elf sind noch zu zocken. Oh. Da kann man was reißen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Flagge nehmen. Da rennen wir jetzt am besten auch mal gleich hin. Nehmen. Gehen wir auf nehmen. Nehmen und geben. Ah. Es kann wieder vier Sekunden warten, bis ich eingetreten bin in die Lobby. Und da bin ich mal wieder hier. Aber erstmal hier. Vorsorgen. Hier. Vorsorgen, Leute. ACR 6.8. Wenn du nicht mal weiterholt bist, einfach ACR 6.8 in den Koffer. Lass mich in den Schramme gehen. Hm. Was haben wir denn da? Nehmen. 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 Ich will die ja nehmen. Aber ich renne so langsam. Ah. Ich habe es doch gewusst hier. Kommt gleich mit der Shotgun an und schießt mich tot, Alter. Ich hätte mich ein bisschen beeilen sollen. Nein. Oh. Hier. Schon die ersten Minentoten. Kennt ihr das auch? Diese Minen da? Wenn ihr da läuft und läuft und läuft und plötzlich. Pfff. Pfff. Jo. 1 zu 0. Wir haben gewonnen. Sehr schön. Das war es eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom. See you later, alle Heder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.